Unser Highlight auf KTV. Pfarrer Thomas Maria Rimmel im Gespräch mit Franz Enderli, Altregierungsrat im Kanton Obwalden in der Schweiz. Das Beispiel von Bruder Klaus, Kompromisse zu schließen oder Konzentration auf das Wesentliche und Einfachheit zu legen, hat für Enderli nichts an Aktualität verloren. Ein hochinteressantes Gespräch zwischen Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Franz Enderli. Schauen Sie rein!